So meine lieben Filmfreunde, Amazon senkt nochmal drastisch die Preise, fast im Minutentakt kommen neue Editionen hier im Filmbereich dazu. Außerdem kontert man noch die 20% Müller Multimedia Aktion, aber gehen wir es einfach mal nacheinander durch. Für 55,97 Euro kann man mal einen Blick wagen bei der Maximum Risk Uncut Version Ultimates Collectors Fan Edition. Dann haben wir der Hexentöter von Blackmoor 5 Disc Limited Edition mit deutscher Fassung, Integralfassung, internationale Fassung plus Interviews plus Soundtrack. Dann haben wir noch die Farbe aus dem All um 30% reduziert für 20,97 Euro. Der Film mit Nicolas Cage in zwei verschiedenen Mediabook-Cover-Varianten. Hier kann man sich aussuchen, was man denn möchte. Es ist übrigens ein 4K Ultra HD Mediabook. In dieselbe Kerbe schlägt dann auch Brahms The Boy Teil Nr. 2. 4K Ultra HD Mediabook für 14,97 Euro. Na bitte, es geht doch. Außerdem haben wir hier Resident Evil 1 bis 6 für 17,97 Euro. Platz sparen und auch, ja, man spart einiges hier beim Einkauf. Und dann haben wir noch Dragonheart 1 bis 5, 14,97 Euro. Auch das ein toller Preis für alle fünf Filme. Da kann man definitiv nicht meckern. Auch die Hannibal Lecter Trilogie ist reduziert worden auf 12,97 Euro. Und ja, falls man die Filme noch nicht in der Sammlung hat, kann man auch das definitiv einmal machen. Wie angekündigt hat Müller eine Black Friday Aktion und zwar 20% auf alle Multimedia Artikel, wie wir hier sehen können. Und dem kontert Amazon mit ein paar Preisrabatten. Und zwar hier unten der Rausch im schicken Mediabook, ja. 22,69 Euro haben wir hier veranschlagt. Hier spart man aber 3,86 Euro. Also kommt man unter 19 Euro. Das ist doch ein richtig, richtig geiler Preis. Vor allem, weil der Film erst gestern erschienen ist im Mediabook. Auch erst kürzlich erschienen. Der Prinzipal einer gegen alle im Mediabook von Just Bridge Entertainment. Und hier kommt man dann auch deutlich unter die 20 Euro Grenze, weil man nochmal 3 Euro spart. Also das ist auch ein toller Preis. Zombie Dawn of the Dead 4K Ultra HD Steelbook. Ja, 4-Disc Limited Edition in 4K Remastered. Eine 4K-Disc plus 3 Blu-Rays haben wir hier am Start. Hier spart man dann noch 6,16 Euro. Das ist eine feine Sache. Außerdem haben wir Harry Potter und der Stein der Weißen Jubiläums Edition Magical Movie Modus. Steelbook habe ich euch schon präsentiert auf meinem Kanal. 35,99 Euro. Und hier spart man nochmal 4,46 Euro. Also knappe 30 Euro. Ja, das geht eigentlich. Dann haben wir noch Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. 4K Ultra HD Steelbook. So schon eigentlich akzeptabler Preis. 29,99 Euro. Jetzt spart man hier nochmal 2,61 Euro für dieses tolle Steelbook inklusive Titelprägung. Dann haben wir noch The Howling. Das Tier Limited Steelbook Edition. Auch hier spart man zu den 27,99 Euro nochmals 4,76 Euro. Auch das finde ich ein absoluter Spitzenpreis. Genauso wie für Valerian die Stadt der 1000 Planeten Limited Edition 3D Steelbook von 22 Euro auf 9,97 Euro reduziert. Noch günstiger geht es mit Operation Chromite. Ein Film mit Liam Neeson für 4,94 Euro im Steelbook. Dann haben wir noch die Harry Potter 4K Ultimate oder Ultimate Complete Collection sozusagen. Hier spart man nochmal 16,15 Euro. Auch das ein akzeptabler Preis für alle 8 Filme in 4K. Dann haben wir noch Tanz der Teufel in 4K für 2,48 Euro abzüglich eben hier von diesen 15,49 Euro. Kommt man denke ich auch da auf einen super Preis. Genauso verhält es sich bei den nur 48 Stunden und wieder 48 Stunden Double Keep Case Variante. Für 15,49 Euro, aber auch hier spart man nochmal 2,48 Euro. Vampire in Brooklyn mit Eddie Murphy wurde auch reduziert um 34% von 8,99 Euro auf 5,97 Euro. Noch ein Film mit Eddie Murphy zum selben Preis. Auf der Suche nach dem goldenen Kind kann man definitiv auch mal machen. Und weil Weihnachten vor der Tür steht, haben wir hier noch zum Schluss was. Tödliche Weihnachten für 4,97 Euro. Und wer mag, kann sich den Playmobil-Adventskalender von diesem Jahr mit reinholen. Von Back to the Future für 9,99 Euro. Allerdings hier lieferbar erst ab dem 15. Dezember. Jetzt denkt man so in Schwachsinn. Aber gut, alle Jahre wieder kommt ja Weihnachten. Dann ist man vorbereitet fürs nächste Jahr. In diesem Sinne, meine Freunde, macht es gut. Auf bald und Servus.